Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum siebten Teil meiner Manga-Sammlung. Hier geht es jetzt am Anfang erstmal um ein paar Horrortitel. Ist alles so ein bisschen bunt durchmischt, aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Weil die Teile sind ja eh immer schon so lang. Hier geht es einmal los mit Judge von Yoshiki Tonugai und ich finde den Mangaka richtig, richtig gut. Von ihm habe ich auch alle Reihen, die bis jetzt hier erschienen sind. Und in Judge geht es um unseren Protagonisten, der eines Tages entführt wird und in einem Gebäude aufwacht, wo alle seine Mitstreiter verschiedene Tiermasken tragen und in der Ecke liegt ein toter Mann und sie müssen nun entscheiden, wer der Mörder ist. Es ist ähnlich wie Danganronpa auch mit einem Jury-System, wo man sich untereinander abspricht, wer denn jetzt der Mörder ist. Und ja, es ist eine wahnsinnig gute Horror-Reihe. Das Ende war auch sehr, sehr interessant und ja, ich glaube, die Reihe fand ich auch am besten von ihm. Dann geht es weiter mit Dope. Ja, die fand ich auch mega, mega gut. Die Reihe hier geht es um das Prinzip vom, ja, ähnlich wie Werwolf-Game. Es gibt mehrere Hasen und unter ihnen ist ein Wolf. Also am Anfang geht es natürlich auch darum, dass der Protagonist wieder entführt wird und auch in einem Gebäude aufwacht. Und dort ist es auch so, dass dann jede Nacht eines der Häschen stirbt und sie müssen rausfinden, wer der Wolf ist. Mega, mega gute Reihe, wirklich auch. Das Ende war sehr überraschend und ja, kann ich auch nur empfehlen. Ich muss auch sagen, die Horror-Titel sind halt auch wirklich Horror-Mystery und nicht Splatter. Also kann man auch sehr gut lesen, wenn man ein Mystery-Fan ist. Dann geht es ja weiter mit Secret. Hier geht es darum, dass eine Schulklasse auf Klassenfahrt einen Busunfall durchleiden muss und die Überlebenden seitdem traumatisiert sind. Aber dieses Busunglück, dieses Schulunglück trägt mehrere Geheimnisse in sich, als man am Anfang zu glauben mag. Und ja, es ist sehr interessant, wer zum Schluss da alles mit zu tun hatte. Dann geht es hier weiter mit Reversal und da kann ich leider gar nicht mehr so genau sagen, worum es geht. Ich meine, es geht um eine Geisha, die in eine andere Welt gezogen wird, wo Zombies ihr Unwesen treiben. Und ja, dort kämpft sie denn und versucht die Ursache zu finden und wie sie aus dieser Welt immer wieder rauskommt. Also war eigentlich auch ganz gut. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, fand ich den gar nicht schlecht. Dann kommen wir zu noch einer großartigen Horror-Reihe und zwar Werewolf-Game. Und ja, in den Werewolf-Game geht es um das typische Werewolf-Game, auch dass da Leute entführt wurden und an dem Werewolf-Game teilnehmen müssen. Drei in ihrer Gruppe sind die Wehrwölfe und töten jeden Abend einen der unschuldigen Bauern, sagen wir es mal so. Und die Bauern müssen rausfinden, wer der Werewolf ist und bringen auch jeden Tag einen von denen zur Strecke und hoffen, dass es der Werewolf war. Ja, eine sehr, sehr interessante Reihe. Hier in Werewolf-Game geht es um unsere Protagonistin, die eine der Bauern ist. Und in dem Nachfolger-Teil in Werewolf-Game Beast-Zeit ist sie dann auf der Seite der Werewölfe. Und mega, mega, mega tolle Reihe. Also kann ich nur empfehlen. Es war ein wahnsinnig guter Horror. Und ja, dann geht es hier weiter mit Hellgirl und hier geht es um eine Internetseite, wo man das Hellgirl beschwören kann. Dort gibt man den Namen einer Person ein, die man umbringen möchte und dann erscheint das Hellgirl. Und das sind so einzelne Geschichten, wo das Hellgirl gerufen wird. Und ja, ist ganz interessant. Ist jetzt nicht wirklich ein Horrormanga, aber war ganz gut. Gut, dann haben wir hier jetzt nicht wirklich Horrormanga, aber ich glaube, die stehen einfach hier, weil sie einen schwarzen Buchrücken hat und das gut gepasst hat. Hier geht es einmal mit Kyukyu Sweeper weiter und zwar geht es hier um Reinigungskräfte. Und hier geht es darum, dass diese Reinigungskräfte die Seelen der Menschen reinigen. Und ja, war ganz gut, aber auch jetzt nicht so, dass ich unbedingt dort jetzt noch eine Nachfolgerei brauche, weil die gibt es. Aber so sehr fand ich ihn jetzt doch nicht. Dann geht es weiter mit Sie liebt gefährlich und das ist ja die Mangaka von The Ones Within und den fand ich wirklich cool. Hier geht es um unsere Protagonistin, die ohne es zu wissen sich immer in gefährliche Serienmörder und Psychokiller verliebt. Und unseren Protagonisten, der ein Detektiv oder ein Polizist ist und sie begleitet und daraufhin immer hofft, dass er die Bösewichtige findet und war ganz gut. Das Ende war auch nochmal recht ernst und den Manger fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Dann geht es hier weiter mit Bis deine Knochen verrotten und da habe ich auch den Schuber. Da hole ich aber mal den ersten Band einmal raus. So, in Bis deine Knochen verrotten geht es um eine Freundesgruppe, die ein dunkles Geheimnis haben, denn vor fünf Jahren töten sie zusammen einen Mann aus Versehen. Und ja, seitdem behalten sie das Geheimnis für sich doch eines Tages, als sie sich wieder, sie treffen sich einmal im Jahr an dem Ort, wo sie den Mann vergraben haben, sich dort wieder treffen. Bemerken sie, dass die Leiche weg ist und werden daraufhin von einer anonymen Person erpresst und müssen Aufgaben erledigen und versuchen rauszufinden, wer diese Person ist, der sie erpresst. Und ja, mega, mega spannende Reihe. Also den Mangaka finde ich wahnsinnig toll. Kann ich nur empfehlen. Vor allen Dingen, weil der Schuber auch schön ist. Dann geht es hier weiter mit Grab der Schmetterlinge und ja, hier geht es um eine Geschichte, dass jemand in einer Klasse verschwindet und nie wieder auftaucht. Und sechs Jahre später kehrt seine Schwester zurück und trifft die alten Freunde von demjenigen, der verschwunden ist und versucht, das Rätsel zu lösen. Und ja, daraufhin sterben einige Personen und man versucht, das Rätsel zu lösen. War ganz interessant für ein Two-Shot. Dann geht es weiter mit Scary Lessons und den fand ich einfach richtig, richtig, richtig gut. Hier geht es um mehrere Kurzgeschichten und um unseren roten Storyfaden. Dort geht es um unsere Protagonistin Yumi, die kein Unterleib mehr hat und sie erzählt die ganzen Horrorgeschichten, was immer einzelne kleine Geschichten sind. Das erinnert so ein bisschen an X-Faktor, finde ich. Und es ist wahnsinnig gut und die Geschichten sind auch zum Teil wirklich sehr, sehr unheimlich. Und es hat auch viel mit Moral zu tun und Sachen, die man irgendwie selber kennt. Und es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und auch die Protagonistin Yumi ist sehr interessant. Man möchte wissen, was ihr geschehen ist, dass sie halt kein Unterleib mehr hat. Eine wahnsinnig tolle Reihe. Scary Lessons finde ich super, super toll. Dann geht es hier weiter mit Amel und Yuki, die Wolfskinder und da habe ich auch den wunderschönen Schuber. Hier geht es um unsere Protagonistin, die sich in einen Mann verliebt, der vom Wolfsgeschlecht so gesehen ist und daraufhin Kinder gebärt. Ich weiß gar nicht, ob der Mann jetzt genau gestorben ist, aber auf jeden Fall zieht sie die Kinder alleine groß. Und ja, wie so ihre Hürden da sind und wie die Kinder aufwachsen und es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, super traurig. Ja, den Anime habe ich nie gesehen, aber soweit ich weiß, ist der Manga genau wie der Anime und eine wahnsinnig schöne Geschichte. Kann ich jedem nur empfehlen. Dann geht es hier weiter mit Welcome to the NHK und ja, den fand ich leider nicht so gut. Hier geht es um unseren Protagonisten, der eine Sozialphobie hat und nicht mal aus seinem Zimmer kommen möchte. Und unsere Protagonistin, die mit ihrer Mutter, meine ich, sowas ähnliches wie die Zeugin Jehovas, also die machen auch Gotteskundgebungen und daraufhin lernen die sich kennen und sie versucht ihn so gesehen zu retten. Und ja, ich muss sagen, es war mir ein bisschen zu stumpf und zu sehr ins Lächerliche gezogen. Ich mag ja Comedy-Manga, aber in diesem Fall mochte ich einfach den Ichchi-Anteil nicht so gerne. Ja, das Ende war ganz interessant, aber so ein großer Gans muss ich sagen, nicht so mein Fall gewesen. Dann geht es weiter mit Secret Service und ja, den fand ich wirklich wahnsinnig gut. Hier geht es um unsere Protagonistin, die meiner Meinung nach ein Yuukai ist von einem höheren Geschlecht. Und diese zieht in ein Haus, das vom Secret Service bewacht wird und dort bekommt sie halt eine Person zugeordnet. Das ist dann er hier und ja, was da denn alles so noch drumherum passiert, ist richtig spannend. Die beiden haben dann natürlich eine Liebesgeschichte, was richtig niedlich ist. Ist eine sehr, sehr interessante Reihe und ich finde die Mangaka sehr, sehr toll. Schade, dass diese Mangaka schon verstorben ist, weil das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Werk von ihr. Und ja, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Dann geht es hier weiter mit Mysterious Honey und dazu habe ich in meinem letzten Manga-Update schon was erzählt. Mir hat die Reihe insgesamt leider nicht so gefallen, also der Two-Shot hat mir nicht so gefallen, da die Charaktere sehr oberflächlich sind und ich halt die ganzen Protagonisten nicht sehr gerne mochte. Die Mangaka hat schon mal in einem der Bände, ich meine in die Braut des Wasserdrachens, gesagt, dass sie ihre vorigen Werke auch gar nicht so gut fand, weil sie dort noch nicht so sehr auf die Story geachtet hat. Und ja, das merkt man hier tatsächlich. Hier geht es um eine Protagonistin, die gerne in der Bücherei ist und Krimis liest und eines Tages wird sie, als sie dort eingeschlafen ist, von einem Jungen geküsst und vier Protagonisten waren gerade zufällig in der Bibliothek und einer von denen muss es gewesen sein und sie versucht herauszufinden, wer es war. Ja, das ist die Story. Ich kann euch den nicht empfehlen, war leider nicht so meins. Aber dafür kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich finde den Manga wahnsinnig toll. Bis jetzt noch eine meiner Lieblingsreihen. Mal sehen, ob die Braut des Wasserdrachens ihn toppen kann. Hier geht es um unsere Protagonistin Nakaba, die eine Prinzessin in einem Königreich ist, aber an ein verfeindetes, also bis dato verfeindetes Königreich gekauft wird, beziehungsweise als Braut hingeschickt wird, damit die sich, ja, so gesehen verbünden. Dort lernt sie dann den Protagonisten kennen. Das ist dann dieser hier. Der ist halt der Prinz des anderen Landes und ihrem Mann. Und er behandelt sie halt extrem schlecht am Anfang, weil er halt verfeindet und er ist halt am Anfang ein ziemliches Ekel. Begleitet wird sie von ihrem Diener. Das ist dieser hier. Der spielt dann auch noch eine wichtige Rolle. Nakaba ist eine wahnsinnig starke Protagonistin und ich finde sie total toll. Sie entwickelt sich auch wahnsinnig gut in der Reihe und hat auch eine geheimnisvolle Kraft, die sie lernt einzusetzen. Und ja, eine insgesamt total tolle Reihe. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich finde Ray Thoma klasse. Ja gut, mit Mysteries Honey habe ich vielleicht einen Fehlgriff gemacht, aber trotzdem ihre Nachfolgewerke finde ich sehr, sehr gut. Dann geht es hier weiter mit Die Freundin der Hexe und den fand ich insgesamt eigentlich auch recht niedlich. Hier geht es um ein Mädchen, was sich nach außen hin auch immer verstellt. Und sie trifft dann auf sie hier und findet raus, dass sie ein Hexe ist und die beiden befreunden sich dann. Und ja, haben dann beide so ihre Probleme und die versuchen zu lösen. Und es ist eine wirklich ganz niedliche Geschichte. Kann ich nicht meckern. Dann geht es hier weiter mit My Eureka Moment und den fand ich auch wirklich sehr gut. Hier geht es um einen Protagonisten, der ziemlich intelligent ist und eine Protagonistin, die ihn eines Tages aufliest und bei sich wohnen lässt, weil er, meine ich, Kontakt zu ihrer Mutter hat. Und sie hat dann gebeten, dass er aber ihr wohnen kann oder so. Ich glaube, ungefähr so war das. Auf jeden Fall war die Reihe ganz interessant, vor allen Dingen, weil der Protagonist auch mal was anderes war. Der ist wie so ein Sheldon Cooper irgendwie. Und ja, fand ich ganz niedlich die Reihe. Dann habe ich hier noch den wunderschönen Schuber von Gute Nacht Pun Pun. Ja, so leid es mir tut, ich finde den Schuber wirklich sehr schön. Allerdings die Manga-Reihe war dann zum Schluss doch nicht so meins. Ich weiß, viele mögen den Mangaka Inyo Asano. Es war meine erste Reihe von ihm und ich wollte es dann auch unbedingt zu Ende lesen. Hier geht es um Pun Pun, den wir begleiten zum Erwachsenwerden und als Kind. Und unser Pun Pun, also unser Protagonist, wird immer in Form eines Vogels eingezeigt. Seine Ente, ich weiß jetzt nicht genau, was er war. Immer im Erwachsenwerden nimmt er mehr die Gestalt eines Menschen an. Pun Pun hat nicht so eine einfache Kindheit. Hat dann auch eine Kindheitsfreundin, in die er sich wahnsinnig verliebt. Ich sage es mal so, es war mir viel zu dramatisch. Also ich mag dramatische Manga, aber das war mir zu überzogen. Vor allen Dingen das Ende verstehe ich nicht ganz so, was er da getan hat und warum er das getan hat. Ja, ich muss sagen, so seine Kindheitstage und alles fand ich wirklich wahnsinnig interessant. Aber das Ende hat mir dann einfach so gar nicht gefallen. Und das finde ich sehr schade, aber sie sieht wahnsinnig schön aus. Ich kann sagen, ich habe eine Reihe von Inyo Asano gelesen und ich weiß, er ist nichts für mich. Und von daher bin ich damit auch ganz fein und genau. So, dann haben wir hier ein paar Reihen von Yoko Maki stehen. Und zwar geht es hier los mit Between the Worlds und den fand ich richtig, richtig gut. Hier geht es um unsere Protagonistin, die noch sehr jung ist und die Geister sehen kann. Und ja, sie zieht zu ihrem Vater aufs Land und dort trifft sie dann auf ein paar Geister. Und die Hintergrundgeschichte der Geister sind einfach so traurig. Und ja, wie die Protagonistin damit umgeht und wie sie versucht, den Geistern zu helfen. Ist wirklich sehr, sehr schön. Zum Schluss gibt es noch einen sehr interessanten Plot Twist, wo ich auch gedacht habe, oh mein Gott. Also wirklich sehr, sehr tolle Reihe. Kann ich jedem nur empfehlen. Dann geht es hier weiter mit dem Einzelband 14R. Und ich glaube, den fand ich gar nicht so schlecht. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, worum es ging. Ja, ich dachte mir, ein Einzelband von Yoko Maki, warum nicht? Ich finde die Mangaka sehr, sehr toll. Dann geht es weiter mit Romantika Clock. Hier geht es um die beiden Zwillinge Akane und Aoi. Und ja, Akane mag Aoi am Anfang nicht besonders und sieht ihn immer sehr als Konkurrent. Ja, wie die beiden so gesehen ihre Geschwisterliebe zueinander entwickeln. Also jetzt nicht falsch verstehen, kein Inzest oder so. Also wirklich nur Geschwisterverhältnis, wie sie halt ihre Beziehungen zueinander verbessern. Und was da noch alles passiert, ist wirklich sehr interessant. Und vor allen Dingen gibt es am Schluss auch wieder einen Plottwist, der echt nicht ohne war. Die Reihe von ihr fand ich wahnsinnig schön und kann ich jedem nur empfehlen. Dann haben wir hier noch Lion Ball. Und ja, das ist ja ihre neueste Reihe. Und muss ich sagen, Lion Ball fand ich im Gegensatz jetzt zu Romantika Clock sehr schwach. Hier geht es um unsere Protagonistin, die sehr schön ist und in ihrer eigenen Welt lebt. Sie liest ziemlich viele Manga und hat nicht wirklich Interesse an soziale Kontakte. Und eines Tages fällt sie eine Treppe, glaube ich, runter und wird von unserem Protagonisten aufgefangen. Und der verliebt sich in sie und versucht dann ihr Freund zu werden. Und die kommen auch relativ schnell zusammen und geht es halt um die Entwicklung von ihrer Beziehung. Und ja, ist ganz niedlich, aber ich muss sagen, Romantika Clock fand ich um weitem besser als Lion Boy. Dann kommen wir hier zu Close to Heaven und ja, den fand ich wahnsinnig schön. Hier geht es um unsere Protagonistin Nino, die einen Sittich immer bei sich trägt. Und sie ist etwas merkwürdig und ja, kommt auch nicht so gut bei anderen an. Und sie trifft auf den Playboy, das ist dieser hier aus ihrer Klasse. Die beiden sind Nachbarn und ja, eines Tages erfährt sie von seinem traurigen Geheimnis und möchte ja, so gesehen ihn begleiten und ihm eine glückliche Zeit bescheren. Nennen wir es mal so, ist auf jeden Fall eine sehr traurige Geschichte. War wirklich ein so toller Manga. Close to Heaven kann ich auch jedem empfehlen, aber ich meine auch, dass der wieder vergriffen ist. Leider Gottes. Ja, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Reihe. Und zum Schluss haben wir hier noch mein wildes Geheimnis stehen und den fand ich auch richtig, richtig gut. Hier geht es auch um unsere Protagonistin, die neu an eine Schule kommt und ja, versucht gut anzukommen, was aber ihr nicht so leicht fällt. Dann trifft sie auf den Protagonisten hier, der an dem ersten Tag, wo sie reinkommt, an ihr schnüffelt. Und ja, es kommt dann raus, dass er und seine Familie halt, ich meine, Wölfe sind zum Teil. Und ja, so lernen die sich halt kennen und darum geht es im größten Teil. War wirklich ganz niedlich, den fand ich echt schön zu lesen und genau. So, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem siebten Teil meiner Manga-Sammlung. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.